Also macht man das nämlich, weil jetzt ist alle Mikros nämlich synchronisiert. Echt? Die Mikro ist dabei und die beiden. Okay, und das heißt, dann weißt du auch, wann du schneiden kannst? Ja, dann mache ich dann einen Cut und da fängt es dann an und dann kann ich... Okay. Ja, dann herzlich willkommen, Max. Ja, vielen Dank. Das Problem ist, glaube ich, wenn wir uns zu sehr bewegen, dann knackt das dazu. Aber wir dürfen es einfach nicht anfassen. Wir dürfen uns nicht anfassen? Wir dürfen uns nicht anfassen. Gegenseitig auch nicht. Okay. Bist du auch geregt? Total. So unangenehm vor dir das zu machen. Ja? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Wir sind in einem geschützten Bereich. Du bist zu Hause, es sind deine vier Wände. Richtig. Aber es sind nur wir beide. Das passiert nichts. Ich werde dich sexuell nicht belästigen. Ja. Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Hinter der Uniform Einsatzkräfte Privat. Heute meinen Gast Florian, mit dem ich schon eine ganze Weile meines Lebens oder Rettungsdienstlebens verbringen durfte. Und ja, Flo, vielen Dank, dass du da bist. Und auf ein nettes Gespräch. Flo, ich hatte dich ja schon mal instruiert, was eigentlich so der Sinn hinter diesem ganzen Podcast ist oder dem Video-Podcast. Und ich möchte quasi den Leuten einfach die Einsatzkraft mal privat vorstellen. Also nicht, wie jetzt dein Leben ist, sondern einfach, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Rettungsdienstler zu werden? Oder warum hast du damals die Entscheidung getroffen, jetzt vor allem bei dir im speziellen Fall, weil du ja vorher was anderes gelernt hast, zum Rettungsdienstler zu werden? Und erstmal vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen, dass wir dieses erste Video aufnehmen. Also da muss ich sagen, dass ich eingeladen wurde. Also das ist ja wohl klar. So, du hast ja vorher Kfz-Mechatroniker gelernt. Ja. Und hast irgendwann die Entscheidung getroffen, Notfallsanitäter zu werden. Das hat ja nicht sofort alles geklappt oder es hat ja einen kleinen Weg mit sich gezogen. Aber wie war denn dieser Weg eigentlich? Also wie bist du eigentlich die Entscheidung von Kfz-Mechatroniker, Not sein? Ja, also fangen wir mal ganz einfach an. Ich bin, glaube ich, jetzt seit 2005 mit einem, glaube ich, Jahr Pause dazwischen, bin ich in der Jugendfeuerwehr gewesen und dann halt in die Freiwillige Feuerwehr übergetreten. Und ja, für mich war das immer schon große rote Autos und irgendwie den Menschen irgendwie zur Hilfe stehen, war mir schon persönlich immer sehr wichtig. Und ja, hab mich dann halt da sehr, sehr engagiert. Und ja, während der Schulzeit habe ich dann ein paar Schulpraktika gemacht und halt eher in den Kfz-Bereich wiederum. Und fand das sehr, sehr interessant mit der gesamten Technik und so weiter. Und hab mich dann erstmal dafür entschieden, quasi eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung zu machen. Hab dann bei Volvo meine Ausbildung gemacht. Bin dann, ja, bin auch ein bisschen hin und her gewechselt, was meine Angestelltenverhältnisse als Geselle anging. Nur irgendwie hat mir permanent dort dieser Menschenkontakt irgendwie gefehlt. Weil du bist ja irgendwie in der Werkstatt und du schraubst halt an Autos und du hast halt auch deine Kollegen, ja klar. Aber ja, ich brauchte irgendwie Neues. Und ich mag gerne neue Menschen kennenlernen, unter Menschen zu sein. Und ja, und dann kommt ja noch das Benefit im Rettungsdienst, hast du halt, dass du Menschen auch wiederum helfen kannst. Ja, und bei mir in der Feuerwehr zum Beispiel waren wir jetzt, glaube ich, zum Schluss sechs Stück aus dem Rettungsdienst. Und auch einer meiner besten Freunde, der zum Beispiel auch sich das erste Mal als Kfz-Mechatroniker versucht hat, genauso wie ich, hat sich relativ schnell entschieden, den Rettungssanitäter zu machen. Und als er mir dann verpronenziert hatte, dachte ich, ja, alles klar, ich mach mich mal schlau. Und dann bin ich ja damals zur ASG gekommen, wo du damals noch Wachleiter in Stemwade warst. Ja, hab dann quasi bei dir an der Wache meinen Rettungssanitäter gemacht, bin dann ein bisschen, also ich glaube, nach einem Jahr bin ich in Hamburg gefahren, ein bisschen Krankentransport hin und her. War aber der ganzen Zeit der Überzeugung, dass ich gerne Notfallrettung machen möchte. Und bin dann nach einem Jahr, bin ich dann auch zu dir an die Rettungswache nach Stemwade gekommen. Jetzt ist es ja so, dass du sagtest, du wolltest Leuten helfen, das hast du ja durch die Feuerwehr auch gemacht. Ja, genau. Und irgendwann, also mein Vater sagte immer, wenn du Leuten helfen willst, kannst du dich auch in die Kasse setzen, weil dann hilfst du denen ja beim Einkaufen. Ja. Aber es ist ja schon was anderes, Rettungsdienster zu sein. Also ich meine, wir beide sind lang genug dabei beim Rettungsdienst, um zu wissen, es ist halt schon eine krasse Herausforderung irgendwie. Also es ist ja schon irgendwie, dass wir, oder dass der Rettungsdienstler schon kreativ sein muss. Also und jetzt nicht kreativ, medientechnisch kreativ, sondern schon in vielen Sachen einfach, weil jede Situation, so gleich sie ist, auch immer Besonderheiten hat. Ja, genau. Also du kommst ja nie in die gleiche Situation. Das ist ja halt schon mal, ne, das Setting vielleicht, dass du ein Pflegeheim oder einen Krankentransport abholst, das ist immer ähnlich. Aber die Patienten gestalten sich ja trotzdem immer als andere Individuen. Die haben immer irgendwie was anderes in der Vorgeschichte, sind vom Menschlichen her einfach immer ganz unterschiedlich. Mal sind es jüngere, mal sind es ältere Menschen. Mal kranker, mal nicht so krank. Und ich glaube, dieses komplette Spektrum, wenn du dann auch noch einsatztechnisch gucken musst, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt irgendwo in der Tiefgarage? Habe ich da keine Ahnung wie viele Stufen? Oder bin ich jetzt hier einfach im Pflegeheim? Also das ist ja von und bis auf der Straße. Ich muss mir überlegen, passt das alles mit meinen Rettungsmitteln? Habe ich irgendwie genug von der Feuerwehr da? Und wie kriege ich den Patienten am besten wieder raus? Zum Beispiel aus dem Auto. Und wie bekomme ich ihn wiederum schnell versorgt und dann ins Krankenhaus? Und ich glaube, dass du dieses weite Spektrum dabei hast, ist halt einfach immens wichtig für jeden Rettungsdienstler. Weil es ja massiv an Abwechslungen auch bereichert. Und die andere Sache ist, du hilfst den Menschen ja quasi körperlich. Also mit dem höchsten Gut, was sie haben. Und deren Gesundheit, deren Leben. Und ich glaube, das ist halt auch wiederum eine Sache, die wir halt einfach gerne machen. Aus unseren Vorstellungen, moralischen Vorstellungen auch. Und dass wir das halt eben sehr, sehr gerne tun. Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ja gerade das Spannende auch daran, dass du zum einen natürlich in die krassesten Situationen kommst. Also was mich immer damals sehr, also als ich noch aktiv im Rettungsdienst gefahren bin, sehr krass fand. Und wenn du bei jemandem eingeladen wirst zum Beispiel, der räumt davor die Bude auf. Der macht alles schick und du würdest niemals irgendwie was sehen, was irgendwie Problem oder was doof ist. Das würde immer, wie soll ich sagen, immer kaschiert werden, genau. Durch den Rettungsdienst kommst du ja zu einer Zeit in der Regel zu Patienten, wo die alles andere als aufräumen konnten oder sich irgendwie hinter etwas verstecken konnten. Also die waren einem ja ausgeliefert. Also ausgeliefert klingt hart, aber die waren auf jeden Fall, es kommt ja unvorbereitet der Notfall in der Regel. Natürlich, natürlich. Aber das ist ja auch spannend. Also ich glaube, auch wir jetzt hier aus dem medizinischen Bereich, da können wir ja auch reden von den Pflegerinnen, Pflegern, Ärzten, Notfallsanitäter, Rettungssanitätern. Ich glaube, auch Feuerwehrleute und Polizei, ich glaube, wir sehen halt eben die Menschen so, wie wir auch zu Hause sind. Wir leben ja auch und wir müssen ja auch ehrlich sein, bei uns ist es ja auch nicht ständig irgendwie immer permanent alles on fleek und so weiter. Und wenn du dann noch einen Notfall hast oder ein medizinisches Problem, ja, dann rückt das nach hinten. Ich glaube, das einzig Interessante ist, sind die Wege frei? Kommen wir mit dem Patienten adäquat raus? Wie ist es gerade die Situation? Können wir vernünftig und adäquat an ihnen arbeiten, wenn das notwendig ist? Und der Rest interessiert uns nicht. Also ich kenne das so für mich, also ich gucke mir einmal die Umgebung an, aber im Endeffekt bin ich dann für mich in so einem Tunnel drin, dass ich dann einfach sage, alles klar, ich habe hier meinen Patienten, ich habe hier mein Setting. Okay, so und jetzt möchte ich einmal diesen Einsatz hier abarbeiten und dann schauen wir weiter. Das finde ich tatsächlich auch, dass man irgendwie diesen Rundumblick einmal, kann mir irgendwas potenziell gefährlich werden? Oder habe ich wirklich, wie du schon sagst, freie Wege oder ist alles so safe, dass ich mich wohlfühlen kann als Retter, dass ich da entspannt meinem Patienten helfen kann? Was ich auch mal krass finde, du blendest ja sau viel aus eigentlich. Oder was bei mir war, ich habe ganz viel ausgeblendet, dass ich da hätten sonst was an der Wand hängen können. Das hätte mich in dem Moment gar nicht interessiert, weil es mir um den Patienten ging. Also es geht ja aber auch nicht nur um die Wohnung, sondern beim Patienten selber. Also du hast ja in den meisten Fällen einen halbnacken Patienten vor dir. Und mich persönlich hat das nie interessiert. Also ob da Männlein, Weiblein oder sonst was vor mir liegt. Es war halt immer irgendwie, es ging halt in dem Moment auch um den Patienten. Also du siehst viel, aber blendest halt auch ganz viel aus, ob das ein Schutz ist. Du siehst halt den Menschen, ne? Genau, weil am Schluss geht es ja erstmal um die Krankheit. Also oder um das Problem, was derjenige hat. Je nachdem, wie schwer oder nicht so schwer es ist, dann ist es ein bisschen locker, die Situation. Oder man hat mehr Möglichkeiten oder Zeit, sich da ein bisschen mehr mit dem Patienten zu befassen oder anders zu befassen. Aber finde ich tatsächlich auch sehr interessant, dass du eben auch in diese privaten Räumlichkeiten reinkommst. Jetzt hat ja bei uns beiden die Karriere quasi fast gleich angefangen, aber dann sind sie doch in zwei verschiedene Wege gegangen. Also ich meine, die beiden haben mit dem Rettungsanitäter angefangen. Dann habe ich den Umweg über den Rettungsassistenten noch genommen, weil den es damals noch gab. Und dann habe ich mich irgendwann... Damals heißt das, was ja knapp war. Genau. Und da bin ich ja dann irgendwann über die Ergänzungsprüfung zum Notsein gekommen. Jetzt hast du ja den Rettungsanitäter gemacht und bist dann Azubi geworden. Also die volle, die echte dreijährige Notsein-Ausbildung hast du gemacht. Ja. Und wenn ich dich dabei so beobachtet habe, war das manchmal cooler, manchmal nicht so cool. Oder es war immer natürlich eine total coole Situation überhaupt, aber es war ja doch unglaublich viel... Input. Input. Also wenn man das so mitkriegt. Also generell. Ja, von dir wird ja halt relativ viel verlangt. Also du sollst ja zu den schwierigsten und kritischen Notfällen quasi immer irgendwie eine Idee haben, wie du ja quasi die Kuh vom Eis bekommst, darauf wirst du halt drei Jahre lang richtig getrimmt. Und da kommen ja halt andere Sachen halt auch, Aspekte kommen da halt auch mit hinzu. Zum Beispiel der rechtliche Aspekt, was ist mit Kommunikation mit Patienten, Angehörigen, aber auch wiederum mit Krankenhäusern, Pflegekräften, Ärzten oder mit unseren Kollegen, CRM zum Beispiel, ein ganz großes Thema immer und immer wieder, Qualitätssicherung, auch im Rettungsdienst ein wichtiges Thema. Ja, und dann irgendwann halt, also dann kommen halt auch noch die ganzen medizinischen Komponenten, ne, sodass du Pathophysiologie, Physiologie, ja, Medizinprodukte sowie als auch Medikamentenkunde irgendwie dir vereinleibst. Und es ist halt ziemlich viel, weil du ein sehr, sehr breit gefächertes Spektrum bekommst und du kannst ja in jede Situation kommen und präklinisch bist du halt mit allem erstmal auf dich gestellt, bis du dann irgendwie weitere Unterstützung durch einen NEF, Hubschrauber oder sonst irgendwie durch einen Arzt noch zusätzlich bekommst. Und wenn das nicht funktioniert, weil du ganz weit weg von allem bist, dann bist du erstmal halt auf dich gestellt. Und darauf wirst du dann erstmal trainiert, dass du den Patienten quasi, also beim Assistenten war es ja so, den Patienten zu stabilisieren und dann ins Krankenhaus zu fahren. Als Notfallsanitäter ist ja man ja mittlerweile dabei, den Patienten zu stabilisieren, zu verbessern, also beginnen zu therapieren und dann fahren wir den ja erst ins Krankenhaus oder machen das halt auf dem Weg. Und da bist du halt mit vielen Sachen, kannst du da schon sehr gut alleine umgehen. Du wirst das ja auch durch deinen Ergänzer so ein bisschen mitbekommen haben und durch das Arbeiten der neuen eingeführten Algorithmen, dass man schon sehr, sehr viel alleine machen kann. Natürlich gibt es verschiedene Sachen, wo ein Arzt halt ja das Maß aller Dinge ist. Also wenn du den dann dabei hast, dass der dann vieles, vieles mehr machen kann als wir, obwohl unser Spektrum schon sehr, sehr breit gefächert ist. Aber da finde ich, sagst du es eigentlich schon oder beginnst eigentlich schon ganz gut, weil wenn ich die drei Jahre Rettungsassistent bei mir sehe, da war halt, also da gab es auch noch BAP als Bewusstsein, Atmung, Puls und dann war das dann durch. Als dann irgendwann X, A, B, C, D, E kam, war das dann schon oder A, B, C, D, E noch damals. Und die Qualität war jetzt, also die Patienten sind genauso ins Krankenhaus gekommen, das will man ja nicht sagen und das ist auch ganz klar. Und das ist, also ich meine, als Rettungsassistent konnte ich auch Patienten mit guten Gewissens ins Krankenhaus bringen. Aber wie du schon sagst, der Notsagen, der hat dann halt doch schon ein bisschen, einfach aufgrund der erweiterten, also der erweiterten Maßnahmen, die er darf, schon krass viel mehr Möglichkeiten. Also wenn ich überlege, beim Assistenten, bis ich da Medikamente geben durfte, da hat das zwei verschiedene Kreise gebraucht und noch einen coolen ärztlichen Leiter und dann noch eine Prüfung und alles und da waren richtig, also da war richtig, da musste man halt sich viel erkämpfen, während du als Notsagen das Glück hast eigentlich ja schon, dass du sagen kannst, okay, ich darf das einfach, weil ich es gelernt habe. Also nicht in irgendeiner rechtlichen Grauzone, wie es beim Assistenten so ein bisschen war. Gut, beim Notsagen ist es immer noch ein bisschen schwierig. Aber es wird ja immer mehr aufgebessert, aufgebessert, aufgebessert. Genau. Und das finde ich eigentlich spannend, wenn du jetzt aber so diese drei Jahre siehst oder als ich meine Ergänzerprüfung hatte, also ich am Tag meiner letzten Prüfung, meiner mündlichen Prüfung war, da stand ich vor der Rettungsdienstschule, vor meinem Auto und ich hatte, ich glaube, um 8 Uhr hatte ich Prüfung und um 8 Uhr war noch keiner da von den Prüfern. Das war ziemlich cool. Ich hatte einen riesen Schiss in der Hose und hatte gegoogelt, wie der Weg nach Schweden ist. Also, dass ich einfach auswandere, in diesem Moment. Das Auto war vollgetan. Schweden soll ja auch schön sein. Und ich hatte wirklich, also ich hatte einen Schiss meines Lebens, weil ich einfach, also mündliche Prüfung gar nicht kann. Ich weiß nicht, wie viele schriftliche und praktische Prüfungen es waren. Ich glaube, 8 und 8 praktische. Ich weiß nicht, ob du das Vollexamen gemacht hast. Ja. Achso? Ja. Ja, damit müssten das 3 schriftliche und 8 praktische, oder? Ja. Also, wenn du mit deiner Partnerin gemacht hast, genau, ja. Ja, genau. 4 als Held und 4 als Kugel. Ja, und dann halt noch mündliche. Genau. So war es halt bei mir auch. Ja. Aber das war eben, und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn du ja schon eine gewisse Zeit, halt, und das hattest du ja als Rettungssanität ja auch, du hast ja schon eine gewisse Zeit gearbeitet, deinen Erfahrungsschatz aufgebaut, und dann wirst du in so Algorithmen reingeprügelt. Oder du musst sie anwenden, weil sonst ist ja diese Prüfung erstmal verloren quasi. Oder du hast erstmal das Problem, dass die Prüfer sagen, Digga, das ist nicht richtig, was du da machst. Ja. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das, was du in der Prüfung gelernt hast, oder was du da wissen musstest und konntest auch, wendest du jetzt immer so auch an? Also, hattest du Probleme nach deiner Prüfung und kannst du sagen, genau so läuft es jetzt immer weiter, oder ist da immer trotzdem dieses Off-Label? Also, ich kann mich noch an einen Kollegen erinnern, an unseren Kollegen hier, Basti von Pannerwache. Und bei ihm war das so, dass er mich irgendwann mal nachts angeguckt hat und sagt, also da war ich noch in der Ausbildung, er so, Flo, dass du mitten um drei Uhr nachts halt noch dieses A, B, C, D, E durch machst, ne? Also, du stehst auf und ziehst das einfach durch und fertig ist das Thema. Ähm, ja, also, ja, man arbeitet ja immer länger in dem Beruf selber. Das heißt, so manche Sachen erschließt du dir. Und ich glaube, dass man zum einen, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dass man halt diesen Algorithmusweg immer wieder folgt und immer wieder folgt und immer wieder folgt. Ähm, und selbst wenn du jetzt einen kritischen Patienten hast, dass du lieber deine Struktur einmal abarbeitest, damit du halt wirklich sicher bist, dass du nichts vergisst. Mhm. Weil das ist ja halt quasi ein Leitfaden, auch wenn du jetzt irgendwie keine adäquate Arbeitsdiagnose oder sowas hast, dass du dann einfach mal schaust, alles klar, ich habe mein ABCDE oder mein CABC, dass ich mich dann einmal da komplett durcharbeite und dann schauen wir mal, was wir haben. Und dann können wir zum Beispiel, wir haben in der Schule damals gelernt, dann trichtern wir einmal, ne, sammeln einmal die Ideen, was haben wir denn hier, ne, in welche Richtung kann das gehen. Und dann müssen wir aber auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen, dass wir eine Arbeitsdiagnose haben und die arbeiten wir dann ab. So. Und, ne, die Lage, also nichts ist so unbeständig, also nichts ist so beständig wie die Änderung der Lage. So, und das heißt, du musst es ja immer wieder re-evaluieren. Ne, das bedeutet halt, dass du jedes Mal guckst, hat sich denn hier was verändert? Und wenn sich was verändert hat, dann muss ich darauf reagieren. Und dann ist das ja immer wieder ganz cool, ich habe mein Schema einmal durchgemacht, alles klar, ich habe jetzt zum Beispiel Medikament gegeben und ich gucke mir den Patienten genau so nochmal an. Um einmal zu gucken und nachzukontrollieren, hat meine Maßnahme irgendwas bewirkt und ist es besser geworden, ist es gleich geblieben oder hat sich etwas verschlechtert. So, und muss ich vielleicht doch mal noch in eine andere Richtung denken. Ähm, genau, das, deswegen da denke ich, das hilft einem doch schon. Es gibt natürlich aber auch die ganzen Bagatellen, ne. Und, ähm, wenn du dann in Richtung Bagatelle kommst, also dann bin ich halt auch eher weniger geneigt, also komplett nach dieser Struktur zu gehen, ähm, sondern dann ist halt Kommunikation so der Schlüssel zum Erfolg, weil du kommst ja halt nicht nur zu diesen schwersten Notfällen, sondern bist halt eben auch eine Person, die, die Leute suchen Hilfe bei dir. Ne, du bist der erste Ansprechpartner, wenn sie nicht mehr weiter wissen und dann kommst du halt in die Situation rein und auch wenn das jetzt kein wirklicher medizinischer Notfall ist, sie brauchen dennoch Hilfe, weil sie rufen ja an aus dem Grund, dass sie gerade nicht weiterkommen, so und dann geben wir halt auch kommunikativ quasi eine Stütze und geben denen halt Tipps und, ja, weitere, ähm, Ideen, wie sie ihre Probleme vielleicht in den Griff bekommen und was man vielleicht machen kann. Kommunikation, finde ich, sprichst du eigentlich ganz, ganz gut an. Beim Assistenten in der Ausbildung damals war das, die Kommunikation quasi nicht vorhanden, ähm, bei der Ergänzer. Habt ihr nie miteinander geredet? Wir haben nie geredet, wir haben nur geschrieben miteinander. Ähm, ne, beim Ergänzer war es auch kein großes Thema eigentlich, weil beim Ergänzer ging es irgendwie zweieinhalb Wochen um Medikamente und Algorithmen. Da kam die Kommunikation nicht. In der Ausbildung hattest du ja, wenn man so den Lehrplan vom Notsandazubi anguckt, gefühlt 60 Prozent Kommunikation irgendwie oder einen sehr großen Anteil an Kommunikation, weil es halt doch wichtig geworden ist oder man festgestellt hat, dass es wichtig ist. Würdest du sagen, dass dich diese Kommunikationsgeschichte auch privat weitergebracht hat? Ja. Oder, oder, oder ist das mehr so, dass es halt, dass, dass du beruflich und privat einfach da auch schon so einen Cut machst? Naja, also ich glaube, also so positive Sachen nimmt man ja gerne mit, glaube ich, auch ins Privatleben. Da sind wir ja eher die negativen Sachen, die man ja rausstreicht. Das kennst du ja sicherlich selber. Ähm, ja, kommunikativ. Ich glaube, ähm, das hat einen richtig großen Teil dazu beigetragen, vielleicht sogar selbstreflektierter zu werden. Mhm. Ne, über manche Situationen einfach mal nochmal nachzudenken, wie da überhaupt die Kommunikation stattgefunden haben. Und ich mache gerne Sachen, also ich vergleiche auch gerne mal was mit mir und stelle mir einfach vor, ich bin jetzt der Patient. Wie fühle ich mich denn überhaupt damit? Mhm. Ne, dass ich mich einfach mal versuche, in diese Lage mit rein zu versetzen. Und ich glaube, dass ich zum großen Teil halt auch empathisch, die Situation wirklich treffe. Ja. Es kann aber natürlich durchaus vorkommen, ne, die haben ja alle mal so einen schlechten Tag und so weiter. Und wenn man dann so auf grundlegende Sachen in der Kommunikation achtet, dass man dann quasi nicht irgendwie jemanden, ja, ans Bein pisst, umgangssprachlich gesagt, ne, ähm, dass man da ein bisschen vorsichtig ist. Natürlich, natürlich gibt's auch Situationen, dass man da aus Versehen in ein Pet-Näpfchen tritt, so, dass man da ein bisschen wieder schneller unterwegs war. Aber das hast du, glaube ich, auch im privaten Leben oder auch halt auch in anderen Berufen einfach. Definitiv, ja, definitiv. Wenn du jetzt deinen Dienst fertig gemacht hast, du hast quasi deine zwölf Stunden, zehn Stunden, was du von der Schichtern halt hattest, hast du, bist du fertig, du gehst jetzt nach Hause. Ist das dann etwas, dass ich konnte immer recht gut, ich bin durch die Wachentür rausgegangen und man hätte mich nicht mehr fragen können, was mein erster Einsatz war, weil ich es einfach vergessen habe. Diese Rettungsdienstdemenz, ja. Richtig, also es war halt schon irgendwie so vorhanden, diese Rettungsdienstdemenz. Also, irgendwo war es, glaube ich, ein Schutzmechanismus. Natürlich kennt man noch ein, zwei Fälle von, also ich kann mich auch noch an gewisse Tage oder Einsätze erinnern, das ist, glaube ich, ganz klar, oder an gewisse Fälle. Ich hatte aber immer das Glück, dass ich aus der Woche rausgegangen bin und ich wusste halt nicht mehr, was mein erster Einsatz war. Also, man könnte mich aber jetzt auch fragen, was ich heute gefrühstückt habe und ich weiß es halt einfach nicht mehr. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Rettungsdienstdemenz denn ist oder ob ich ihn nicht untersuchen lassen sollte, aber es ist halt, wie ist das bei dir? Also, ich meine, du hast ja diese, in Anführungsstrichen, Doppelbelastung durch das Hobby, durch das Ehrenamt ja auch noch, wo du quasi ja potenziell von dem einen blöden Tag in den anderen blöden Tag reinfallen könntest, also durch das Ehrenamt. Wie ist das bei dir? Also, hast du da irgendwie Probleme bisher gehabt oder ist das safe alles? Ja, also bei mir ist das halt eher so, also wenn ich mich an Sachen erinnere, sind es eher so die witzigen Sachen, wo man sich, glaube ich, ein bisschen noch einkugelt. Natürlich, ich glaube, jeder Rettungsdienst da hat auch mal sein ein oder anderes schlechtes Erlebnis mal gehabt. Man muss aber halt die positiven Sachen mit rausnehmen. Bei mir ist das halt so, zum einen ist halt eine Wachengemeinschaft halt mega wichtig, was das angeht. Also, ich glaube, wenn du was Schwierigeres hattest oder auch was Witziges an der Wache kannst du ja, wenn die Wache super ist, also meine Rettungswache ist halt super und da fühle ich mich auch super glücklich, da kann ich halt nur eben sagen, dass du da mit jeder Person reden kannst und über alles lachen kannst. Und es ist halt üblich und viele empfinden das ja, ich glaube, für welche, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, ist unser Humor auf dem Auto oder selbst an der Wache so ein bisschen kontrovers, aber es geht halt leider nicht anders. Und das ist, glaube ich, auch mit so einem Mechanismus, um Sachen zu verarbeiten. Und bei mir ist es dann, also ich bin den ganzen Tag, also wir haben zwölf Stunden Schichten zum Beispiel hier, und dann bin ich halt die ganze Zeit, ja, on fire, also werde nicht müde oder sonst irgendwas. Und dann ziehe ich meine Stiefel abends aus und wenn ich mich dann umgezogen habe, dann bin ich müde. So, also da bin ich halt einmal platt, so, aber dann ist mir auch, also wenn die Stiefel aus sind, dann habe ich Feierabend und dann hat sich das erledigt. Ja, also wenn ich mich mit dir sonst zum Beispiel nochmal irgendwie privat einfach mich mit dir treffe, dann können wir ja auch über einige Sachen halt sprechen und worum wir Sachen erlebt haben, die ich noch nicht erlebt habe und vielleicht ja auch umgekehrt. Und ich glaube, manchmal ist das zum Revaluieren von auch Einsätzen, die man vielleicht das erste Mal gefahren ist und sich mal eine andere Zweitmeinung reinholt, immer ganz nett. Und das macht man ja auch, wenn man privat sich trifft, immer zwischen Tür und Angel. Tja, was soll ich noch erzählen? Wie war das jetzt bei dir, als du die Ausbildung dann beendet hast? Weil bei mir war das damals so, dass man auf dem Fahrzeug, jetzt als Assistent oder auch als Notsame, dann vielleicht mal kurz in einen, also dass dann der Kollege, der vielleicht nicht Notsame war, also der Co. war, man dann gesagt hat, ich nehme den Patienten mit, weil es vielleicht nicht unbedingt den Grund gibt, aber irgendwas hat mich dann als Notsame dazu, ja also hat dann gesagt, den nimmst du jetzt mit. Also der kommt definitiv mit ins Krankenhaus, wo der Gegenüber gesagt hat, warum hast du den nicht zu Hause gelassen? Der hatte doch gar nichts. Und als man dann an der Ausbildung rauskam, irgendwie dann die frischen Kollegen dann gesagt, warum hast du den nicht zu Hause gelassen? Also wo die dann das Verständnis, glaube ich, davon bekommen haben, die Kollegen oder Kolleginnen, warum man manche Entscheidungen so getroffen hat, obwohl sie vielleicht im ersten Step gar nicht so sinnig erschienen haben. Also weißt du, wie ich meine? Also dass man dann quasi gesagt hat, naja, wir machen das jetzt mal so, was vielleicht im ersten Moment blöd aussieht, aber es ist am Schluss mal eine Unterschrift im Protokoll. Ja, zum einen das, aber ich glaube, da spielt auch halt ganz viel Bauchgefühl halt einfach mit. Also du hast ja auch gewissermaßen ein viel größeres Spektrum erlernt, zum Beispiel auch im Rahmen der Pathophysiologie. Und es gibt ja auch einige Sachen, die spiegeln sich halt einfach nicht so wieder, wie man sich das halt immer wünscht. Das ist jetzt der STEMI, das ist jetzt die massive Hirnblutung, das ist der Standard-Apoplex, sodass du was irgendwie Handfestes hast. Aber es kann ja auch irgendwelche anderen Ursachen haben. Zum Beispiel, er hat jetzt einen hohen Blutdruck oder Sonstiges. Klar ist es zum einen, dass es eine Sache ist, die eingestellt werden sollte vielleicht durch einen Hausarzt. Aber wenn er jetzt akut das Problem hat, auch sogar mit Symptom, den dann zu Hause zu lassen, auch wenn sich das alles so ein bisschen komisch irgendwie skaliert. Oder jetzt den C2, der ist jetzt hingefallen und der hat nichts und vermeidlich und so weiter. Aber du weißt ja nicht, also der ist wahrscheinlich ohne Schutzreflexe hingefallen auf den Hinterkopf. Und wir können halt nicht reingucken. Also das mobile CT haben wir einfach nicht im Kopf, dass wir einmal durchleuchten können. Und dann ergibt es einfach mehr Sinn, einmal den Patienten einmal vorstellig zu machen, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein, dass dem nichts passiert. Und das ist ja auch eine rechtliche Komponente, weil im Nachhinein müssen wir uns auch wiederum sehr stark rechtfertigen. Warum habe ich jetzt diesen Patienten zu Hause gelassen und warum ist er jetzt vielleicht im Nachhinein, hat er einen schweren medizinischen Schaden oder ist gegebenenfalls im schlimmsten Fall sogar verstorben? Ich glaube, das ist nicht der Wunsch von irgendeinem Rettungsdienst da hier. Und da gehen wir halt eher mal auf die eine Nummer sicher. Natürlich, wie gesagt, vorhin schon, es gibt auch die Bagatellen mit ich habe mir in den Fingernagel geschnitten und wo wirklich gar nichts los ist. Oder wo du die halt auch getrost einfach ins nächste Ortho, chirurgische Zentrum oder zum Hausarzt schicken kannst, weil das einfach für das Krankenhaus und für die weiter klinische Behandlung einfach nichts ist. Jetzt bin ich nach, ich glaube, 8 Jahren Rettungsdienst ungefähr, 8,5 Jahre Rettungsdienst, bin ich dann ins Krankenhaus. Das ist ja schon so alt. Bin ich ins Krankenhaus in die Notaufnahme gegangen. Und ich meine, das war ja ein Krankenhaus, was eine, also ich erkläre das gerne als Brennpunkt-Krankenhaus, weil es ja dann doch einfach aufgrund der geografischen Nähe zu Etablissements um die Ecke schwieriger war. Da hat man so beide Seiten mit mir kennengelernt. Also einmal dieses, dass man, was mich immer früher im Rettungsdienst ein bisschen genervt hat, ich immobilisiere einen Patienten bis sonst was. Also der kann keinen Millimeter mehr sich bewegen, ohne dass ich davon mitkriege. Und im Krankenhaus wird das Ding da abgerissen und das heißt, der kann ja rüberlaufen, so eine Art. Ja. Das war schon immer faszinierend, wenn man jetzt so in dem Schockraum zum Beispiel stand und dann halt eben auf der anderen Seite stand, also nicht auf die Rettungsdienstseite und man dann als Not sah, auch wenn man vielleicht den Kollegen im Krankenhaus erklären musste, das hat schon Sinn, warum die gerade gesagt haben, wir voll immobilisieren den jetzt. Wie ist das für dich, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Einsatz fertig hast oder deine Übergabe machst im Krankenhaus und auf einmal ist dann da Pfleger Max oder Schwester Maximiliane zum Beispiel und sagt dann, ja Digga, das ist doch Quatsch, was ich hier mache. Ja. Also ist ja das Frustpotenzial eigentlich auch, finde ich, immer recht hoch gewesen. Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wie du das annimmst und auch wiederum, wie du die andere Seite siehst. Und ich habe letztens mit einer Ärztin, die Fett bei uns als Notärztin, ist bei dir im Krankenhaus tätig als Anästhesistin und da haben wir auch mal drüber gesprochen, zum Beispiel Stiffneck-Anlage. Ganz banales Thema. Wir gehen im Rettungsdienst ja quasi, ja, lieber mit Headlocks immobilisieren, weniger Stiffneck und nach Nexus-Kriterien. Ja, und im Krankenhaus arbeiten sie halt wiederum anders. Und das ist halt sehr interessant, weil die Kurse, die angeboten werden, sich für Krankenhäuser und für die Prämedizin halt unterscheiden. Und deswegen bekommen sie zum Beispiel, wenn sie von uns kein Stiffneck bekommen haben, ist das die erste Anlage im Krankenhaus, weil es bei denen im Algorithmus quasi so, wie die das gelernt haben. Du kennst ja die ganzen Buchstabenkurse. So, und da haben die das erlernt. Und deswegen kommst du da vielleicht mal auch, ja, gegeneinander, obwohl das ja gar nicht, also es ist ja nicht böse gemeint, es sind einfach nur die unterschiedlichen Strukturen da. So, und das könnte manchmal so ein bisschen zu Verwirrung führen. Und ich glaube, da sollte man einfach sich nicht irgendwie, also sollte man nicht irgendwie daran verzweifeln, sondern einfach die Kommunikation suchen. Weil ich glaube, jeder Part hat irgendwie immer eine Erklärung offen. Und man muss halt immer auch offen sein für den Gegenpart. Und sich da quasi, also man arbeitet ja miteinander für den Patienten und nicht irgendwie gegeneinander. Und wenn die Kommunikation darunter stimmt, bin ich dann jetzt auch nicht irgendwie genervt oder sowas, sondern ich frage einfach nett nach. Ich glaube, da bist du dann halt auf deinem Level und wir lernen ja jeden Tag dazu. Also, wie gesagt, wir haben nicht alles gesehen. Und manchmal ergeben sich auch Sachen. Du wirst irgendwie vielleicht den Zugang anders legen als ich, weil du weißt, wie es vielleicht schief geht. Weil du hast die Kacke, die ist dir immer wieder passiert. Und mir halt noch nie. Aber ist mir das passiert? Ja, vor allem, wenn ich jetzt wieder so diesen Bogen zu dem C2, was du gerade sagtest, der irgendwie ohne Schutzfläche hingefallen ist, wo du als Rettungsdienstler irgendwie sagst, naja, ne, dann lege ich den doch mal richtig hin, wenn dann natürlich derjenige es zulässt, der C2, das ist klar. Und im Krankenhaus ist es, ne, der ist doch nur besoffen. Lass doch, ist doch jetzt mal vollkommen egal, leg den mal hin irgendwo in den Flur. Also, ich finde, das ist jetzt einfach durch die beiden Seiten, die man irgendwie kennt, so, dass man sagt, irgendwann ist man abgestumpft. Und wenn man dann ein, zwei Jahre im Krankenhaus gaut hat, sagt man, der ist nur noch ein C2, leg den nochmal hin, das wird schon alles. Neun von zehn Mal geht es gut. Das zehnte Mal ist es halt Kacke. Das ist ja im Rettungsdienst genauso. Deswegen ist es, finde ich halt diese Vorsicht immer ganz wichtig. Ne, oder den Respekt einfach. Also, dass du dann quasi, wie soll ich sagen, also... Wie gesagt, jeder Patient, also weswegen wir gerufen wurden, der gibt ja auch sein Potenzial als Notfall. So, und es gibt ja wenig Gründe, warum, also... Ne, wie kann man das denn anders formulieren? Ich glaube, dass du halt immer wiederum einen Grund hast, warum du dahin kommst und wie vorhin schon auch gesagt, entweder ist es wirklich die medizinische Komponente oder halt eben so die kommunikative oder diese persönliche Komponente, weil die selber nicht mehr weiter wissen. Und ich glaube, so dieses Schubladendenken, das kann vielleicht also im Krankenhaus passieren. Ich würde auch jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es im Rettungsdienst das nicht gibt. Ich glaube, das gibt es überall. Und ich glaube, das ist auch immer tagesformabhängig von Person zu Person. Aber ansonsten musst du halt schauen, wir sind halt zum einen sind wir keine Ärzte. Also wir verantworten das so ein bisschen anders, glaube ich, und gehen dann doch einmal auf Nummer sicher und wollen halt einfach die maximale Versorgung da irgendwie den Patienten, sodass wir da wirklich auch nochmal sicher sind, dass da im Nachhinein nichts irgendwie passiert. Nicht, dass wir die Kuh da aufs Eis schieben und sagen, ja, dann mal viel Spaß bis zum Sommer. Das ist dann ein bisschen blöd. So schönes Sprichwort. Okay, cool. Ja, also jetzt ist das so ein bisschen, 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 wie soll ich sagen? Wir haben ja jetzt quasi dann so einen Einsatz fertig gehabt, mal einen schweren, mal einen schlimmeren Einsatz. Du fährst jetzt wieder an die Wache. Wie gesagt, du machst Feierabend, wo ich vorhin einfach schon mal so ganz leicht angeteasert habe. Du bist ja auch in der Feuerwehr tätig, oder hast du es ja auch selber gesagt. Jetzt kennst du die Seite Rettungsdienst, also wenn man jetzt zum Beispiel den Verkehrsunfall hat, dann rettest du als Rettungsdienstler ja anders als als Feuerwehrmann. Während ich als Nicht-Feuerwehrmann das natürlich immer ein Respekt und Verständnis vor jeder Feuerwehrler habe, ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden, sehe ich ja Dinge anders bei einer Rettung zum Beispiel oder bei einer Menschenrettung aus dem Pkw, als wenn du jetzt auch noch das Feuerwehrwissen hast. Ja. Weil du einfach viel mehr Wissen in der Form hast, als ich jetzt einfach haben könnte, weil ich einfach keine Ahnung vom Feuerwehr habe. Ich glaube, man sieht halt einfach mehr Möglichkeiten. und andere Möglichkeiten. Und man weiß, glaube ich, was die Feuerwehr quasi an Material bieten kann. Und dann ändern sich halt auch die Situationen. Man sagt immer im Einsatzgeschehen jetzt zum Beispiel, wenn die Feuerwehr mit dabei ist, hat der Einsatz bei der Feuerwehr halt auch das Sagen. Was halt aber, finde ich, zu meinem Gefühl halt immer ganz positiv nehmen im Rettungsdienst, wenn wir da zusammen sind und Patienten irgendwie retten möchten aus der Situation nehmen wir den Verkehrsunfall weiterhin, dann fragt die Feuerwehr auch nach, wie wir das gerne hätten. Also die Kommunikation ist da immer ganz wichtig, weil die fragen ja auch, wie wir das gerne haben möchten, damit wir den Patienten entweder schont oder halt schnell retten. Ja. Die Entscheidung muss relativ früh fallen, wie wir den Patienten einschätzen, ob das eine Crashrettung wird oder Schnellrettung oder Sofortrettung oder halt, ob das eine schonende Rettung wird, wo wirklich der Patient komplett immunisiert wird und alles ohne wirkliche Bewegung. Und das kann man dann sehr gut kommunizieren mit denen. Auch Übungen zum Beispiel. Also jetzt, wenn ich das kenne von den Feuerwehren in der Umgebung der Rettungswache bei uns, die sind immer sehr motiviert, was mit uns zu machen, damit man sich gegenseitig zum einen besser kennenlernt, den Handgriff des anderen einfach besser versteht. Und auch, ich bin zwar in der Feuerwehr, aber jede Feuerwehr arbeitet ja doch ein bisschen anders, zwar sehr ähnlich, aber jeder hat ja irgendwie seine eigenen Steckenpferde. Und ich glaube, wenn man einfach dieses Spektrum einfach mal mitnimmt, dann lerne ich ja auch jedes Mal, wenn ich mit zwei anderen Feuerwehren fahre, lerne ich immer was mit dazu. Und man kann auch mein Teil mit dazu beitragen, dass die vielleicht auch was mitnehmen und rettungsdienstlich ja ebenso. Ja. Und für den nächsten Einsatz, wenn wir mit denen irgendwie was gemacht haben, dann wissen wir ja schon, ah, der Handgriff kommt jetzt. Und dann geht das alles ein bisschen schneller und wahrscheinlich auch besser für den Patienten. Und wie kommt es, dass du jetzt nicht einfach bei den Hintergrund Feuerwehr und Rettungsdienst hast, warum du nicht zur Berufsfeuerwehr gegangen bist? Warum ich nicht zur Berufsfeuerwehr gegangen bin? Also ich würde jetzt als Laie, also jetzt mal ohne rettungsdienstlichen Hintergrund, also einfach nur als Mensch, der ich bin. Ja. Ich würde sagen, der macht Feuerwehr, wenn man Rettungsdienst, wenn ich jetzt hier drei Kilometer weiter gucke, nach Hamburg, da habe ich eine Berufsfeuerwehr, die machen beides. Ja. Wäre das nicht was Interessantes eigentlich zu sagen, ich bin halt beides einfach, also beruflich jetzt beides, oder ist für dich das Ehrenamt Feuerwehr deutlich interessanter einfach aufgrund der Tatsache, weil du, also ich glaube, dass es dann ein anderes Zusammenleben ist in der Freiwilligungsfeuerwehr. Also wenn ich das so sehe, bei uns hier im Dorf, dann ist die Freiwilligungsfeuerwehr, die ist halt, das klingt so böse, aber vielmehr für den Bürger da, also weil einfach durch Feste oder durch irgendwelche lokalen Sachen, die hier gemacht werden, irgendwelche Laternenumzüge und was es nicht alles gibt. Aber dafür hast du Vorteile in der Berufsfeuerwehr wiederum, die dann für dich persönlich vielleicht wichtig wären. Mhm. Das kriegst du auch an Rettungswachen mit, aber ich höre das immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die an der Rettungswache als Aushilfen fahren und von der Feuerwehr kommen. Bei denen ist halt mit ganz oben, dass es auf der Berufsfeuerwehrwache einfach sehr familiär rumgeht. Du hast da deine Schicht, auf der du arbeitest und das ist wie eine Familie. Mhm. Da steht jeder für den anderen ein und die kennen sich halt auch über Jahre einfach und die kennen auch die innigsten Geheimnisse. So ist das ja quasi bei uns in der Rettungswache ja auch ähnlich. Ja. Und wie gesagt, die sind da sehr, sehr eingespeist und das hat auch natürlich die Dorffeuerwehr, ne? So, ne, dass man da auch ziemlich so eine Feuerwehrfamilie, das ist, glaube ich, so das Sinnbild Feuerwehr einfach, dass du da so ziemlich familiär unterwegs bist. Für mich ist es halt einfach das schönste Hobby der Welt. Mhm. So, und ich glaube, für mich persönlich ist es einfach schön zu sagen, alles klar, ich mag das, dass es mein Hobby ist. Mhm. Und mach das auch in meiner Freizeit ultimativ gerne, aber dann muss ich es halt auch nicht beruflich irgendwie ausleben. Mhm. So. Also das ist jetzt nicht nicht irgendwie mein Wunsch. Und jetzt, wenn ich bei irgendwelchen Feuerwehranfallveranstaltungen oder bei freiligen Feuerwehrveranstaltungen einfach im Rahmen meiner Tätigkeit als Wachleiter damals war, wo ja doch viel Netzwerken auch war, eben wie du schon sagtest, man muss sich ja kennenlernen, dass man so auch ein bisschen anders miteinander agiert und durch das Netzwerken eben hat man ja dann doch schon auch diese Beflogenheiten bei einer freiligen Feuerwehr irgendwie kennengelernt. auch eben das, dass ja die Feuerwehr über allem erstmal steht. also, niedergeschrieben sogar ist, dass du quasi die Feuerwehr vor dein Privates, glaube ich, so ein bisschen setzen musst. Also, so kam das immer rüber, aber das meine ich jetzt auch nicht negativ, also wirklich alles, ne, also, aber du bist ja bei der freiligen Feuerwehr deutlich anders gefordert, als wenn ich jetzt, also, ich glaube, du bist im Hobby einfach oder bei der freiligen Feuerwehr bist du einfach ganz anders integriert, auch in einem Dorf oder auch in einem, ja, zum einen, also, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also, ich kenne das immer so, dass, ähm, viele, also, viele, die neu dazu ziehen, so und in dem feuerwehrfähigen Alter sind, die dann immer ganz schnell gesucht quasi und ein bisschen bequasselt und viele suchen auch einfach dort halt den Anhalt im Dorf, weil du dadurch irgendwie reinkommst, ne, du lernst, du lernst halt viele Leute auf einen Schlag kennen, ähm, und, ich glaube, das hilft dir auch irgendwie, wenn du irgendwie neu dazukommst ins Dorf oder in die Stadt auch, irgendwie auch Anschluss zu finden, ne, neue Leute kennst du leer und quasi dich schnell wiederum zurechtzufinden vor Ort, das, das hilft massivs mit, ähm, ja, also, ja, mir wurde immer in einem freiwilligen Feuerwehr gesagt, wer eintritt und austritt, ist freiwillig, der Rest ist Pflicht. Ich glaube, da muss man aber auch schauen, dass du halt, ähm, ja, also, es gibt da halt auch andere Sachen, ne, du musst ja trotzdem zur Arbeit gehen und Geld verdienen, das ist auch mal Urlaub, ne, und wenn du auch körperlich heute nicht in der Verfassung bist, dann tut's ja auch keinem weh, wenn du mal nicht zum Dienst oder zum Einsatz kommst, ne, dadurch, dass wir auch uns, also, ich denke, dass wir ziemlich stark aufgestellt sind, ähm, in den jeweiligen Feuerwehren mal mehr, mal weniger, ähm, und, dass man sich gegenseitig gut kompensiert bekommt, und, ja. Also, hast du auch deinen, dein Großteil an Freunden in der Feuerwehr? Ja, meine besten Freunde kommen aus der Feuerwehr. Und, und, ist das da entstanden, oder weil du einfach, ja, als du da hingekommen bist, da wart ihr schon eine Gemeinschaft, und, äh, ihr seid dann gemeinsam, äh, zur Feuerwehr gegangen, oder hat, hat man sich da lieben gelernt? Weil, also, Ja, musst du da lieben gelernt. Was ich halt sagen muss, ist, dass man im Rettungsdienst ja, also, man, also, mir, oder bei mir war es manchmal so, dass ich halt Kollegen hatte, die ich nicht mochte. Das ist ja überall so, ob ich in Ruhr arbeite. Kennst du jemanden, den du vorher nicht mochtest? Ich weiß es nicht. Ich, aber so fangen ja immer die besten Freundschaften an. Am Anfang fand ich, ich, genau. Also, das hat man, finde ich, irgendwie auch im Rettungsdienst häufig gehabt. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, das sind halt zwölf Stunden, die muss ich halt überstehen, und dann ist das Ding durch, oder dreizehn mit Überstunden. Und irgendwann kam so dieses, dieses, Du bist ja doch ganz cool. Eigentlich bist du ja doch ganz netter, und eigentlich bist du ja dann doch schon ganz cool, und wir können dann doch zusammen gut arbeiten. Ja. Ist das dann in der, bei der, bei der Feuerwehr jetzt auch, dass du dann da quasi irgendwie durch diese Einsatzsituation die, die Leute ja deutlich anders kennenlernst, ist, als wenn ich jetzt im Büro neben dir sitzen würde, und wir quasi acht Stunden über die Arbeit reden, und dann geht jeder seine Wege. Also würdest du sagen, dadurch entstehen erst, oder sind gute Freundschaften so krass entstanden, durch die Situation? Ja, ich glaube, dass du halt, dass du halt immer mehr und mehr zusammen wächst. Du erlebst halt zusammen ziemlich viel, du machst mit denen vieles durch, und das geht vom schweren Verkehrsunfall, bis halt zur Dorfhete. Mhm. Ist ja alles dabei, so, und das sind Hoch und Tiefs permanent, und man wächst und wächst zusammen. Der eine steht für den anderen ein, wenn irgendwas irgendwie ist. Du kannst auf jeden zurückkommen, und jeder ist für dich da, genauso wie du für jeden da bist. Mhm. Und ich glaube, das sind so Sachen, die halt ja zusammenspeisen einfach. Und das ist ja, ich glaube, das Gleiche auf dem Rettungswagen. Du fährst hier zwölf Stunden auf einem Auto, und erlebst da auch das auf und ab und auf und ab, und das schweißt ja auch wieder rum. Also du fährst, du fährst einen Krankentransport, da ist alles entspannt. Du fährst aber wieder rum, keine Ahnung, zum Feuer, wo vielleicht du doch mal eine anverletzte Person mit dabei hast. Ähm, du fährst zu Todesfeststellungen zusammen, du fährst zusammen zu einer Geburt. Also, ne, also es ist immer das auf und ab, das entweder neues Leben, oder ein Gehendes, und dein größtes Leid, oder vielleicht gar keins. Mhm. Und das sind ja auch wiederum Situationen, die ja auch trotzdem jemanden irgendwie berühren, und man mit dem Kollegen halt diese Einsätze halt einfach teilt, und diese, ja, diese Erlebnisse. und ich glaube, durch sowas wächst du einfach. Natürlich hast du auch viele witzige Sachen dabei, das sind ja wie gesagt die, die du am meisten merkst. Mhm. Und immer wieder, manchmal sogar drüber schmunzeln kannst. Ah, wie? Ah, so zum Beispiel. Mit Patrick, da hast du ganz witzige Sachen erlebt. Ähm, oder mit Marc immer. Oder mit Marc, dunkle Wolke, Alter. Ja, es gab halt Kollegen, die schon sehr, die es ein bisschen übertrieben haben im Einsatz bekommen, und da gab es wieder welche, die halt so gar nichts hatten. Also, man könnte eine eigene Folge wahrscheinlich aus Rettungsdienst, aus Wachengeschichten machen. Ja. Also, wenn ich überlege, was da schon so passiert ist. Ja. Das ist schon... Frag die Haustür, ey. Ja, oder warum wir einen Fernseher bekommen haben, nachdem es eine Wasserschmache gab, und so Geschichten. Ähm, ne, das ist schon, das ist schon tatsächlich echt, echt, also, ich glaube, die größten Freundschaften habe ich wirklich tatsächlich auch im Rettungsdienst gehabt, weil man sich irgendwie meistens anfangs nicht so grün war, oder doch grün war, aber sich immer anders kennengelernt hat. Also, oder, ähm, dann schon, schon deutlich anders kennengelernt hat. Also, ich, ich vergleiche es gerne mit, ähm, nachdem ich ja ins Büro gewechselt bin mittlerweile, oder von einem, eineinviertel Jahren jetzt, das ist auch eine Freundschaft, die ich da habe mit den Kollegen, aber es ist halt eine ganz andere Freundschaft. Also, natürlich gibt es da auch lustige Sachen, wenn man da irgendwie was gemacht hat, aber es ist, also, es war für mich eine maximale Umstellung zwischen dem Rettungsdienst-Humor, nenne ich es mal, und dem Büro-Humor. Also, man konnte schon manches, also, egal ob ja im Rettungsdienst du Männlein oder Weiblein neben dir sitzen hast, es war halt, es war halt, also, man konnte halt irgendwie alles machen, ja, und im Büro zum Beispiel kann ich halt, ich könnte nicht das gleiche im Büro machen, wie ich es auf dem Fahrzeug gemacht habe. Ja. Also, oder, nur in gewissen Maßen. Also, also, und deswegen finde ich das schon ganz krass. Der schwarze Humor da so ein bisschen, ne, ein bisschen anders ist, und weil wir ja wissen, wie es gemeint ist. Richtig. Also, ich glaube, das ist halt, ne, weil du würdest ja, wenn du vom Rettungsdienst im Büro redest, würdest du von Äpfeln reden, und die vielleicht von Bären, oder umgekehrt. Naja, und dann versteht man sich vielleicht nicht so. Nö. Ähm, ja, ja, das schon, das schon mal so. Und wenn du jetzt, so deinen, deinen Lebenslauf einmal angucken würdest, ähm, früh begonnen mit Jugendfeuerwehr, dann Ausbildung, äh, Kfz-Mechatroniker, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, äh, ja doch schon den einen oder anderen Arbeitgeber gehabt, vom Privaten zum, zum Rettungsdienst zur Hilfsorganisation gegangen, beziehungsweise auch kommunal eigentlich fast, ne, es ist, es ist eine Hirok, niemals kommunal, da kommt der böse Blick, ähm, würdest du das genauso nochmal machen, oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, ich hab einfach, also, bereust du es, Rettungsdienstler geworden zu sein, oder dass du in die Feuerwehr gegangen bist, oder, sagst du dir manchmal auch, eigentlich hätte ich auch weiter Autos schrauben können, also. Ne, das brauche ich ganz und gar nicht. Also, ich glaube, ich habe so massiv viel gelernt, ähm, im Rettungsdienst, ähm, um das so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ich, ich bin im Rettungsdienst erwachsen geworden, ähm, man, 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 man hat so, so ein bisschen seine Flausen rausbekommen, ähm, ja, ja, wie gesagt, die, die eine Situation, die du auch nie vergessen wirst, die spielt da so ein, so ein großes Stück mit, ähm, ich glaube, das sind so Sachen, an denen man dann gewachsen ist, war ganz gut so an dem Tag, auf jeden Fall, ähm, ja, aber ansonsten, nö, man hat viele Menschen kennengelernt, äh, neue Situation, ich glaube, so ein Einblick halt ins medizinische System ist halt auch ganz nett, ähm, um manche Sachen auch irgendwie selbst zu verstehen, oder halt auch vielleicht seinen Freunden, Angehörigen mal zu erklären, warum das eine nicht so läuft, wie man sich das immer so vorstellt, weil so einfach ist das halt alles nicht, und es wird halt leider auch nicht einfacher, das ist halt die nächste Problematik, die wir haben, ähm, und wodurch die Arbeit an und für sich halt auch, glaube ich, nicht einfacher wird für die Kolleginnen und Kollegen. Hm. Man muss ja aber auch sagen, wenn man jetzt so auf diese Corona-Pandemie guckt, der Rettungsdienst oder der Mediziner hatte nicht das Problem, in Kurzarbeit zu kommen. Ja, ja. Also natürlich war es eine schwere, also es war eine zusätzliche Arbeitsbelastung, weil es, also für jeden, der das nicht kennt, in so einem Vollschutz zu sitzen, ich kann nicht. Und das über Stunden, das nervt dann schon. Ich kann mich noch, ich kann mich noch an ein, ein Zitat von, von, an seinem damaligen Gesundheitsminister erinnern, mit, ja, also, jetzt durch die Pandemie hat der Rettungsdienst ja viel weniger zu tun. Ja. Hat aber nicht daran gedacht, dass wir halt die Autos auch stundenweise noch desinfiziert haben und die ganze Einsatzbereitung und so weiter. Das heißt, dass du mit einem Einsatz halt manchmal bis zu zwei, drei Stunden bedient warst. Mhm. Natürlich hast du dann vielleicht nur drei oder vier geschafft am Tag, aber du hast ja trotzdem die ganze Zeit gearbeitet. Und ich glaube, da fehlt halt noch für den Rettungsdienst auf jeden Fall eine Lobby. Mhm. So, was überhaupt die, die gemachte Arbeit irgendwie angeht, ähm, was sich vielleicht irgendwann mal ändern sollte. Weil, wir sind, wir sind, wir sind halt der Motor, der immer irgendwie läuft und immer irgendwie kommt und macht und tut. Ähm, nur merkt man da halt relativ wenig Rückhalt aus der Politik. Ja. Ähm, aber wir wollen hier auch nicht politisch werden. So, also, ne, das ist halt nur so ein bisschen Kritik daran an das System, dass sich da vielleicht irgendwann mal was in den nächsten Jahren ändern sollte. Ja, aber, weil ich damit halt auch meinte ist, man, man hat ja auch einen sicheren Job einfach dadurch. Also, also, hatte jetzt nie das Problem, also, also, wenn ich jetzt daran denke, ich, und das ist das, was ich gerne auch meinen Kollegen sage, jetzt im Büro, ich muss mich halt an die Straßen mit meiner Unkunde stellen und irgendjemand wird vorbeifahren an dem Tag und sagen, ich habe einen Job für dich. Also, das soll jetzt nicht nach Tagelöhner klingen, aber ich weiß halt, dass ich als Rettungsdienstler oder als Hof für Sanitäter die Möglichkeit habe, in, ein, also direkt immer einen Job zu haben, was vielleicht im Handwerk, okay, natürlich Fachkräfte mal klar und sowas, aber vielleicht doch ein bisschen anders oder zu anderen Konditionen schwieriger ist, ne, dadurch, dass halt einfach Rettungsdienst, Gehaltszeichen schlecht klar geregelt ist. Ja, klar, und zum anderen hast du ja, also, wie, wir haben das immer gesagt, ich sage, wir sind gar keine Bewerber mehr, wir sind Interessenten. Leider hast du ja mittlerweile über all diese Personalproblematik. Definitiv. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch durch die Umstellung vom RA auf den Notsamt nicht irgendwie einfacher geworden, wenn man sich da manche Statistiken anschaut, ähm, aber das kommt nach und nach, aber es dauert halt, ne, drei Jahre sind halt eine lange Ausbildung. Ich glaube, generell war der RA mit zwei Jahren, ein Jahr Schule, ein Jahr Praxis. Ziemlich schnell. Ziemlich schnell auf dem Weg. Ähm, und du konntest sie von vornherein einsetzen als RS, ne? Das, das ist es, ja. So, beziehungsweise RAIP. Ja. Ähm, und damit hastest du ja gleich wieder Personal, um irgendwelche Sachen damit zu bedienen. Ja. Ähm, was ja auch wiederum ein Vorteil ist, also gewesen ist. Ähm, aber wie gesagt, du hast ja heutzutage auch die Vorteile, dass du halt ein weiteres Spektrum hast, was du erlernst einfach. Wenn jetzt der kleine Max auf dich zukommen würde und sagen würde, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Ich möchte, ich, ne, oder anders. Ich möchte gerne Rettungsdienstler werden. Lauf. Was los? Ich geh weg. Ähm, würdest du noch sagen können, jetzt rein wirklich einfach vom, vom Spaß und generell, also einfach von dem Fall, dass du sagst, Rettungsdienst als, als Job, jetzt mal abgesehen von irgendwie, könnte natürlich, in jedem Job könnte es drei Euro mehr sein, die man verdient. Das könnte auch immer weniger Arbeitszeit sein und auch als Rettungsdienstler würde man sich freuen, wenn man nur drei Tage arbeiten gehen muss und nicht, nicht vier oder fünf im schlimmsten Fall. Ähm, würdest du den Job Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, wie auch immer man ihn dann jetzt nennen möchte, beziehungsweise in welcher Qualifikation man sein möchte, weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Also können wir so, also, mir geht's genauso. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, so viel Spaß und so viel, weiß ich nicht, also so viel interessante Sachen, glaube ich, kannst du in relativ wenig Berufen irgendwie sehen und mitbekommen. Mhm. Ähm, was, was für mich persönlich vielleicht, ähm, wichtig dabei zu sagen ist, das könnte jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch klingen, aber du solltest auch irgendwie eine gewisse, du solltest irgendwie eine Beständigkeit haben in deinem Leben. Mhm. Das heißt, ähm, das heißt, du solltest vielleicht ein gewisses Alter erreicht haben, auch eine gewisse Reife selber, ähm, bevor du in den Rettungsdienst kommst. Also, schau dir gerne was anderes an oder, keine Ahnung, mach irgendwie ein FSJ, ne, um irgendwie in sowas ähnliches reinzukommen. Aber, also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, direkt nach der Schule zu sagen, alles klar, geht jetzt los. Ähm, man wächst mit seinen Aufgaben, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich glaube, dass meine Kfz-Ausbildung vorher mir einfach dieses Denken für den Rettungs-, für die Rettungsdienstausbildung einfach so ein bisschen verändert und quasi auch verbessert hat, weil es ja auch zum Teil einfach eine Erwachsenenbildung darstellt, ne, dass du dich quasi auch selber, also im Selbststudium auch mal zu Hause hinsetzt oder in der Schule auch was selbst ausarbeitest oder an der Wache, je nachdem, wie du gerade bist, und auch dich ein bisschen selbst versuchst zu organisieren, ne, das heißt, im Krankenhaus auch wirklich nachzufragen, was ist und so weiter. Ne, ähm, so ein gewisses Selbstbewusstsein haben, ähm, weil du kommst immer in Situationen rein und du bist ja auch dafür zuständig, so ein bisschen Ruhe reinzubringen, ne. Die Leute, die Leute haben ja meistens Angst bei uns, ähm, kommen mit der Situation nicht zurecht und brauchen da jetzt den Ansprechpartner und wenn man da ganz ruhig und entspannt reinkommt und denen auch das Gefühl vermittelt und sagt von mir, das ist alles gut. Ich glaube, das sind so Sachen, die du halt vielleicht in einem gewissen, also in gewissem Maße auch vielleicht durch deine Reife erstmal erlernen musst. Mhm. Ja, und ich finde jetzt auch, also, natürlich gibt's auch immer das Gegenbeispiel und vielleicht kommt da jemand von der Schule, bumm, und das passt alles und sofort, ne. Klar, ja. Dass wir nicht gesagt haben, ähm, ich kann's nur auf mich irgendwie, äh, widerspiegeln, wie das bei mir war und ich glaube, damit bin ich einen sehr, sehr guten Weg gefahren, ne. Und jeder, der Lust hat, sich das mal anzuschauen, der kann ja auch an den Rettungswachen nachfragen und mal einfach so ein Schnuppertaktikum machen. Ja. Da mal einen Tag mitfahren. Und es ist ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, vielleicht möchte ich heute nichts Härteres sehen oder sonst irgendwie. Ähm, aber halt so, so ein Grund, Grundeinblick haben. Von Ablauf einfach, wenn man so aussieht. Genau, ne. Wie läuft das hier? Ähm, aber jetzt, wenn es wirklich zu was Härteren kommt, nee, das möchte ich mir vielleicht nicht, das ist dann auch nicht so schlimm, ne. Da kann man ja langsam rangeführt werden. Ähm, und auch da finde ich immer stark die Leute, die sagen, ähm, ja, das kann ich nicht. Also das, das empfinde ich nicht, dass es irgendwie schwach ist oder so, sondern das ist schon eine persönliche Stärke dann zu sagen, alles klar, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und vielleicht ist das ja doch nichts für mich. Das, das finde ich dann halt auch nicht irgendwie schlimm, sondern tatsächlich sehr, sehr stark, wenn man dann selber auf sich eingeht und nicht irgendwie anderen was beweisen will unbedingt. Sondern halt für sich das macht und nicht für andere. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Krass. Aber das ist schön, äh, ein, ein, ein Einblick eigentlich so in deinen, deinen Rettungs, in deine Karriere, kann man das eigentlich. Karriere. Äh, also, oder in deinen Werdegang rein zu bekommen. Und ich finde das eigentlich tatsächlich ziemlich interessant, und warum jemand wie da hingekommen ist und warum er, warum er das immer noch, äh, macht. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant. Deswegen, äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du, äh, mit mir das heute gemacht hast. Äh, ich hoffe, du kommst gerne nochmal wieder. Und wir reden auch noch weiter. Unbedingt. Na, das nächste Mal bist du dran. Ja, das nächste Mal komme ich gerne dazu, das ist okay. Weil du hast ja auch einen gewissen Werden. Ja, 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 ja. Ähm, nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist immer mehr ein innerliches Kirschblütenfest mit dir. Oh, Kirschblüten, ich dachte, Blumen pflücken darfst du jetzt. Nee, nee, Kirschblütenfest ist mir schon mal ein bisschen, ne? Schon, schon, schon besser. Ja. Ja, äh, vielen, vielen Dank, äh, auch, dass du vor deinem Nachtdienst vor allem das, äh, hier machst. Du, du, alles, alles für dich. Alles für den Dackel. Alles für den Klo, ne? Ähm, ja, dann, äh, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Äh, die Folge ist ja immer auf YouTube, einmal auf, ähm, Spotify. Zuhören. Hier jetzt auf YouTube mit Video und halt auf Spotify dann natürlich ohne Video, ist ja ganz klar. Ähm, gebt dem Ganzen mal irgendwie Daumen nach oben, schreibt mal gerne rein, wenn ihr mehr wissen wollt, auch, äh, von Florian, äh, oder auch von mir natürlich. Dann werde ich diese Fragen weitergeben. Und, äh, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ähm, Flo, wie gesagt, danke und gerne wieder. Und, ähm, dann sag ich mal bis, äh, bald. Äh, ciao. Ciao. Tschö. Tschö. Vielen Dank.